Was soll hier irgendwo sein? Oh Gott, das sieht jetzt schon kompliziert aus. Erstmal den. Mal drehen. Wobei, ich könnte ja... Hier hin. Weil ich muss gerade durch. Und den jetzt nach oben. Und zack. Das ist jetzt noch von unten. Hm? Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grammar, Arbeit! Du hast einen Job? Warum sagst du das nicht? So ist es nicht, Grammar. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bad Bug. Ach bitte, Grammar. Bad Bug bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin ein Player. Ein was? Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Na, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grammar. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du schon ein Idiot bist. Sehr schön. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Hä? Wie viel auch, was du wirklich ernst hast? Cool. Ja, wie Rock n'Roll. Warum macht der Rock das? Dann ist das ein Dorf kontrollieren. Dann komm als Freunde. Dreck ihnen. Alle außerhalb ihrer Mauern sind gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand kommt, kommt, Und verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber... Ich wollte mich jetzt eigentlich gerade umdrehen, ob ich den Fußgänger überfahren habe, der gegen mein Auto gelaufen ist. Und ja, das hab ich. Warum macht dein Rack das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Das ist nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt, aber... Darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst... Ich soll eigentlich nichts sagen, aber... Irak hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bi. Nicht so laut. Fuck, Mann. Erwart'n, ist das? Sieht aus, dass auf Irak hier alles dicht macht. Alles unter Kontrolle. Was ist denn hier, Baby-Sister? Na, Soldatenbruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Irak hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen hab. Mann, sag das auch nicht so laut, Bi. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Pass, bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun hab, Mann. Ja. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Irak davon Wind bekommt, dann wird Bedberg auf einer Müllkippe landen. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Was macht der da? Danke, Mann. Pass auf mich auf. W-M-H-B. Das gefällt mir gar nicht. Das wird so absperrt. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich seh's so. Wir wollen's nicht. Das gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Pekka. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Hat noch nie gevögelt. Und fuhr seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bi. Die Nummer noch? Ja, sind drin. Und Irak's Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Okay. Bin schon dabei. Bin schon dabei. Okay. So, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht? Was geht? Wie ist es? Kann ich mal zu little juice? Ja, du kannst... Allein! Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Ja. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Das ist jetzt schlecht. Ich war doch dran. Dass dir eben auch nur so wenig Zeit geben, weißt du? Ich hätte bloß über die zwei Zäune hüpfen müssen. Das würde so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Den ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich seh's so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist nicht... Ja, super. Das Ganze halt nochmal. Das Ganze halt nochmal. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Hat noch nie gevögelt. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bi. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und IREX-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Also weiter. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht? Was geht? Wie ist? Kann ich mal zu little juice? Ja, du kannst... Allein! Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Ja. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Ganz ruhig, ich hab ihn ja noch. Nein, und anscheinend vertraut der Club. Was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, Bi. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir sehen. Wie lange muss ich den Typ beschatten? Verdammt, was geht ab? Nichts, Bi. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber perfekt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Hayrack anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reinladen? Es ist aber keiner rein, Bi. Die ganze Cruise draußen ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Mit Hilfe der Kamera müssen wir uns erstmal da hinten eine Kamera finden. Was verdammt weißt du, was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, Bi. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Hayrack nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Hayrack? Im Ernst? Hayrack ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, dass es das wert ist. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey, hey. Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Nein. Ich verratele ich nicht. Ich bin kein Schweinspitze. Ah, so. Ich dachte schon, ich muss hinrennen. Rabbids will Hayrack verklaufen. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Beim Rauswesen. Ihr macht das. Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf.